Hallo, ich bin Henrik vom Propane Factory Racing Team. Hallo, ich bin der Jeremy vom Propane Factory Racing Team. Wir sind hier in Tortnau, sind unterwegs auf dem neuen Propane Rage 2015 ausgestatteten Sixpack-Teilen und Maxxis-Reifen. Teil der Technik werden wir unterstützt von Toilie-Designs, Drillen kriegen wir von 100% und unser Bike waschen wir natürlich mit dem Nack auf. Das Bike läuft voll. Wir haben ja noch die Reifen. Übel, glück, geil. Oh, der kommt doch weiter. Boah, geil, ey. 10, 2, 1... 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 21, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 21, 21, 24, 15, 20, 21... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020